2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video im Dezember. Heute machen wir weiter da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar hier bei Frage 36. Jetzt geht es weiter mit 37. Ich lasse die Fragen und Antworten wieder vorlesen und erkläre sie dir. Vor ihnen will ein großer Mähdrescher nach rechts abbiegen. Was ist richtig? Also ein Mähdrescher, das ist, stell dir vor, ein Traktor, der einen riesengroßen Rasenmäher hinter sich herzieht, also sprich ein Anhänger. Der Mähdrescher wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden. Also natürlich wird er auch seine Geschwindigkeit anpassen, das heißt er wird langsamer, ja. Der Mähdrescher wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken. Und das haben wir ja im letzten Video schon gehabt mit dem LKW und dem Anhänger. Um rechts abzubiegen, musst du mit dem Anhänger etwas nach links ausschwenken, sonst könntest du die Kurve gar nicht fahren. Ich verlinke dir hier rechts oben im Video, auch in der Infocard, die Playlist zu allen anderen Videos. Also schau immer mal wieder rechts oben auf dieses I, da findest du dann die wichtigen Informationen. Der Mähdrescher kann wegen der Hinterradlenkung nicht ausschwenken. Okay, das hat nichts damit zu tun. Manche haben sogar eine Hinterradlenkung, aber trotzdem schert der Anhänger immer aus. Kannst du dir so vorstellen, du trägst eine Leiter über deine Schulter und du drehst dich um. Dann schwenkt dein Hinterteil, also die Leiter auch aus und das ist nicht zu vermeiden. Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit hochbeladenem Anhänger. Womit müssen sie rechnen? Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen Bremsweg. Der Zug, also damit ist gemeint das Fahrzeug, das Zugfahrzeug und der Anhänger. Und natürlich verlängert sich eher der Bremsweg, wenn du mehr Masse mit dir mitschleppst. Hier habe ich zwar das Richtige gedacht, aber leider das Falsche angekreuzt. Also nimm dir das als Beispiel und nimm dir mehr Zeit für die Fragen und Antworten und überleg ganz genau, was damit gemeint ist. Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen. Was ist zu beachten? Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken. Genau, das haben wir ja schon gesagt. Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, sodass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind. Das hatten wir auch schon. Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden. Okay, also das ist natürlich Quatsch. Es kann immer irgendwas passieren. Das lassen wir aus. Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen? Da kannst du mit so gut wie allem rechnen. Also es könnte ein Hindernis dort stehen, ein totes Tier zum Beispiel oder auch ein lebendiges Tier, ein Unfall, eine Kurve, alles Mögliche. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt. Ja, zum Beispiel. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden. Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden. Es kann alles Mögliche hinter der Kuppel sein. Wenn du nichts sehen kannst, dann musst du die Geschwindigkeit einfach dementsprechend anpassen. Wie verhalten Sie sich? Okay, also es geht um das Fahrzeug, welches uns gerade entgegenkommt und verbotenerweise fährt er über die durchgezogene Linie, was man ja nicht darf. Und dementsprechend müssen wir es natürlich wieder rücksichtsvoll und partnerschaftlich verhalten. Dementsprechend werden wir einfach die Geschwindigkeit anpassen und möglichst weit rechts fahren. Unverändert weiterfahren, damit der LKW gezwungen wird, wieder rechts einzuscheren. Okay, also das wäre natürlich der Konfrontationskurs und den werden wir nicht wählen. Bremsen und nach rechts ausweichen. Genau. Worauf müssen Sie sich einstellen? So, wir haben eine Baustelle. Das sagt uns dieses Gefahrenzeichen. Rot dreieckig mit der Spitze nach oben. Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn. Genau, das haben wir auch schon im letzten Video geklärt, dass da eventuell viel Schmutz auf der Fahrbahn ist. Auf Arbeiter- und Baugeräte auf der Fahrbahn. Auf einen durch Polizei geregelten Verkehrsablauf. Nein, darauf müssen wir uns nicht einstellen. Da weist auch nichts darauf hin. Also die letzte Antwortmöglichkeit ist nicht richtig. Worauf stellen Sie sich ein? Wir haben einen Linienbus mit dem Blinker auf der linken Seite. Das bedeutet, dass wir ihn jetzt nicht mehr überholen dürfen. Okay, wenn der Bus links blinkt und anfährt, dann müssen wir ihn losfahren lassen. Das ist das Besondere an Schul- und Linienbussen. Hier sieht man auch die Haltestelle. Im letzten Video haben wir ja die Busse gehabt, die mit Warnblinklicht an der Haltestelle stehen oder fahren. Das ist ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Regelungen. Dass der Bus sofort anfährt. Okay, also der Bus wird wahrscheinlich sofort anfahren, wenn er den Blinker links gesetzt hat. Dass der Bremsweg länger wird. Okay, klar. Es liegt Schnee auf der Fahrbahn. Dementsprechend wird der Bremsweg wahrscheinlich etwas länger. Dass der Busfahrer Sie vorbeifahren lässt. Damit würde ich nicht rechnen. Dann würde er den Blinker wieder ausschalten. Also Blinker links. Bei Schul- und Linienbussen bedeutet das, dass wir ihn losfahren lassen müssen. Genau, deswegen schaust du ja auch in den Spiegel und in den toten Winkel, bevor du abbiegst. Also sprich, wenn zum Beispiel ein Radfahrer oder ein Fußgänger neben dir steht oder fährt und dieser möchte geradeaus über die Straße, dann bist du als Rechtsabbieger ja wartepflichtig. Sie müssen sich ganz auf den Abbiegevorgang konzentrieren, weil Radfahrer ohnehin warten müssen. Okay, das stimmt nicht. Immer wenn du abbiegen möchtest, dann bist du wartepflichtig. Sie müssen nur im Spiegel beobachten, ob ein Radfahrer hinter ihnen ist. Und wenn hier schon steht, nur im Spiegel, dann ist das natürlich auch schmarrn, weil du musst immer in den toten Winkel schauen. Der Spiegel deckt ja nicht alles ab. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen sie rechnen? Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall. Ja, hier musst du darauf achten. Eine neu angelegte Straße bedeutet also, also darauf wollen die hinaus, dass die Tiere, die dort leben, die Straße noch nicht kennen und wahrscheinlich einfach so über die Straße drüber rennen. Dementsprechend natürlich auch mit Wildunfall. Wild überquert unerwartet die Fahrbahn. Ja. Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten. Okay, also stell dir vor, stell dir vor, du würdest in deiner Wohnung eine neue Lampe installieren. Okay, und die hängt sehr, sehr tief. Und normalerweise bist du da einfach immer durchgerannt durch dein Zimmer, aber das geht jetzt einfach nicht mehr, weil da diese Lampe hängt. Dann würdest du dir sonst den Kopf stoßen. Und wenn du die erst vor kurzem aufgehängt hast, dann, ja, das ist einfach noch nicht so einprogrammiert bei dir und du wirst dir wahrscheinlich das öfter in den Kopf stoßen. Und so ist es bei den Tieren auch. Die kennen die Straße einfach noch nicht und rennen da wahrscheinlich einfach öfter drüber. Doch, auf jeden Fall. Also wo ein oder zwei oder mehrere Rehe sind, da sind auch noch andere. Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren. Das kann auch passieren. Genau das gleiche wie bei Kindern, wenn sie über die Straße rennen. Ja, ist ja fast das gleiche Rehe und Kinder. Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen. Genau. Ja, also ziemlich genau so zu verhalten wie bei Kindern. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Das ist morgens und abends, also immer dann, wenn die Tiere zur Futtersuche rauskommen. Mittags eher weniger. Mit welchen Gefahren müssen sie vor allem in ländlichen Gebieten rechnen? Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Genau, also sprich Traktoren zum Beispiel. Mit Fahrbahnverschmutzungen. Auch bedingt durch die Traktoren kann es sein, dass dort mehr Schmutz auf der Fahrbahn ist. Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Das ist alles richtig. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen? Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen. Das kann passieren, ja. Die Zugmaschine kann zwei breitere Anhänger mitführen. Das kann auch sein, dass die mehrere Anhänger mit sich ziehen. Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar. Das ist auch richtig. Also es kann natürlich sein, dass die einfach breiter ist als die Leuchten des Anzeigen. Welche Mittel können die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? Eine Tasse Kaffee. Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel. Eine Tasse Tee. Gut, kommt natürlich darauf immer an, welchen Tee, aber wir klicken jetzt einfach mal nur die Medikamente an. Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden? Durch bestimmte Medikamente. Also herabgesetzt bedeutet, was kann dazu führen, dass du fahruntüchtig wirst? Medikamente, ja. Durch Alkohol und andere berauschende Mittel? Ja, richtig. Durch Übermüdung? Genau. Also alles, was schlecht ist, kreuzen wir hier an. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? Das ist ganz wichtig. Da kommen später auch noch Zahlenfragen, da musst du das eintippen. Und es kommt natürlich immer auf den Körper darauf an, aber man sagt ungefähr 0,1 Promille pro Stunde. Also sprich bei 1,0 Promille 10 Stunden. 10 Stunden. Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken? Schlaf, Schmerz oder Beruhigungsmittel? Genau. Also grundsätzlich immer Medikamente. Sturztrunk. Das bedeutet, dass du möglichst schnell, möglichst viel Alkohol trinkst. Trinken auf nüchternen Magen. Genau. Und dann nimmt nämlich dein Körper den Alkohol schneller und besser auf, als wenn du davor irgendwas gegessen hättest. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen? Zu einem Nachlassen der Höhe- und Sehleistung. Genau. Einem Nachlassen. Da musst du aufpassen. Manchmal kann jetzt auch eine Verbesserung der Höhe- und Sehleistung dort stehen. Und eine Verbesserung ist natürlich nicht das, was wir ankreuzen. Wir gehen immer vom Schlechten aus. Zu riskanter Fahrweise. Ja. Zu verzögerter Reaktion. Okay, das ist auch richtig. Zur verzögerter Reaktion. Es könnte auch da stehen, zu einer kürzeren Reaktion. Das bedeutet, dass deine Reaktionszeit schneller wäre. Und das stimmt natürlich nicht. Also sie verlängert sich. Und hier heißt es, es verzögert die Reaktionszeit. Was können Drogen bewirken? Abhängigkeit, Sucht, Rauschzustände, anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Okay, hier haben wir schon die Verbesserung und das stimmt natürlich nicht. Und das lassen wir aus. Bei welchen Drogen kann schon einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahr- und Tüchtigkeit führen? Ja, da kannst du direkt alles ankreuzen. Und dann natürlich auch hier die, ja, die längste Antwort. Also mit dem einen Ja ankreuzen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann meistens ist es immer die höchste Wartedauer. Wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch im Körper abgebaut? So, jetzt pass auf, das sind, das kann man nicht sagen. Okay, also da gibt es nicht sowas wie 0,1 Gramm die Stunde oder gleichmäßig. Also sehr ungleichmäßig und es ist nicht abschätzbar. Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar. Das ist die richtige Antwort. Welche Folgen kann es haben, wenn man unter Einwirkung von Drogen, wie zum Beispiel Haschisch, Heroin, Kokain, ein Kraftfahrzeug führt? Geld und oder Freiheitsstrafe? Ja, genau, auf jeden Fall. Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot? Das auch. Das ist auch richtig. MPU hast du vielleicht schon mal gehört. Es gibt sogar Kurse, da wirst du darauf vorbereitet, auf die MPU. Und ich habe jetzt tatsächlich schon einige Leute kennengelernt, die eine machen mussten. Meistens wegen Alkohol. Und keiner hat die MPU auf Anhieb bestanden. Meistens erst beim dritten Mal. Und du musst bedenken, je nachdem, wo du die MPU machst, kostet sie so zwischen 6 und 900 Euro. Und das Ganze mal 3, das ist schon heftig. Und du bestehst sie normalerweise auf Anhieb einfach nicht. Also nicht empfehlenswert. Was kann Haschischkonsum bewirken? Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens. Genau, Herabsetzung des Reaktionsvermögens heißt, dass deine Reaktion schlechter wird. Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen. Perfekt, richtig. Verbesserte Zeiteinschätzung. Okay, Achtung, nicht verbessert, eher verschlechtert. Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben? Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. Das ist richtig. Also man traut sich einfach mehr zu. Okay, das Gefahrenbewusstsein nimmt ab. Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. Richtig. Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. Genau, Sie nehmen zu. Abnehmen könnte dort auch stehen. Das bedeutet praktisch, dass es besser wird damit, aber natürlich immer das Negative anklicken. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet das für Sie? Sie müssen vorausschauend fahren. Genau, das steht auch im Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung und das ist auf jeden Fall damit gemeint. Sie müssen mit Fehlverhalten anderer rechnen. Okay, das haben wir im ersten Video gehabt. Ich glaube, das war sogar die erste Frage. Sie müssen in jedem Fall auf ihrem Vorfahrtrecht bestehen. Gut, also falls du das erste Video noch nicht gesehen hast, rechts oben in der Infobox kommst du in die Playlist und da empfehle ich dir auf jeden Fall das Video anzusehen. Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden? Dieser hier. Zum Halten und Parken. Ja. Zum Überholen. Nein, das wird dämlich. Es wird immer nur links überholt. Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen. Das ist auch richtig. Also wenn du mit deinem Mofa hier unterwegs bist, dann befährst du auch hier diesen rechten Seitenstreifen. Was verlängert den Bremsweg? Nasse oder glatte Fahrbahnen? Klar, haben wir auch vor kurzem erst gehabt. Also wenn es geregnet hat und zum Beispiel die Straße kalt ist, dann verlängert sich der Bremsweg. Gefälle bedeutet, es geht bergab und damit verlängert sich auch der Bremsweg. Mitführen eines ungebremsten Anhängers. Ja, der Anhänger gibt dir zusätzlich mehr Masse und dadurch verlängert sich auch der Bremsweg und einfach mehr Gewicht abgebremst werden muss. Wovon ist der Bremsweg abhängig? Vom Zustand der Fahrbahnoberfläche. Genau. Also wie gesagt, ob das jetzt zum Beispiel Kopfsteinpflaster sind oder gute Straße oder Asphalt, da musst du übrigens aufpassen, wenn dort steht, dass die Fahrbahn frisch gemacht worden ist, also eine neue Fahrbahn, dann ist die auch sehr rutschig, da Stoffe in der Fahrbahn erst austreten müssen. Also wenn die Straße neu gemacht worden ist, dann denkst du dir vielleicht, oh super, da kann ich jetzt richtig schnell in die Kurve reinfahren. Nein, die Fahrbahn ist sehr, sehr rutschig, da musst du aufpassen. Vom Zustand der Bereifung. Klar, also wenn die Reifen schlecht sind, Schäden aufweisen oder alt sind, dann verlängert sich natürlich auch der Bremsweg. Vom Zustand der Bremsanlage. Sowieso. Wenn die Bremsen schlecht sind, abgenutzt, dann verlängert sich natürlich auch dein Bremsweg. Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften? Das sind 50 kmh innerorts. Sie verdoppeln ihre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg? Wenn wir die Geschwindigkeit verdoppeln, dann wird der Bremsweg viermal so lang. Also es nimmt im Faktor 4 immer an. Was müssen Sie bei der Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen? Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse. Ja, ganz, ganz wichtig. Das wird sehr unterschätzt. Also wenn da zum Beispiel steht, zulässige Höchstgeschwindigkeit 80, dann heißt es nicht, dass du diese Kurve unbedingt mit 80 fahren musst. Okay, es ist auf die Straße zu achten, also auf die Fahrbahnbeschaffenheit und natürlich einfach die Verkehrsverhältnisse. Also wie viele Fahrzeuge fahren da, welche Fahrzeuge fahren da, kommt mir ein Fahrzeug entgegen und so weiter. Persönliche Fähigkeiten. Auch das, wenn du deinen Führerschein gerade erst frisch gemacht hast und du traust dich einfach diese Kurve nicht mit 80 zu fahren, dann musst du die Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen. Das sind auch deine persönlichen. Sicht- und Wetterverhältnisse. Klar, also Regen, Nebel, Schneefall und so weiter. Schnee in der Kurve, da musst du auch die Geschwindigkeit anpassen. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt? Das ist die gefahrene Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal 3. Falls du Probleme hast mit diesen ganzen Zahlen und Formeln, da habe ich im Videokurs Fit für den Führerschein, verlinke ich dir rechts oben und unten in der Videobeschreibung ein extra Thema dazu gemacht, also dass du dir die ganzen Zahlen und Formeln gut merken kannst. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsung berechnen? Das ist die zweite Antwortmöglichkeit. Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10. Wovon hängt der einzuhaltende Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ab? Okay, also von was machst du es abhängig, wie viel Abstand du zum Vordermann lässt? Man sagt ja, die Hälfte der gefahrenen Geschwindigkeit in Meter, also wenn ich zum Beispiel 80 kmh schnell fahre, 40 Meter Abstand zum Vordermann, also die Geschwindigkeit. Von den Sichtverhältnissen. Gleiche Situation, wenn du jetzt zum Beispiel Nebel hast, also du siehst nicht sehr weit, dann muss ich natürlich den Abstand vergrößern, also mehr Abstand lassen. Von der Fahrbahnbeschaffenheit. Und wenn die Fahrbahn schlecht ist, zum Beispiel es geschneit hat und die Fahrbahn vereist ist, dann muss ich natürlich auch mehr Platz lassen, weil einfach der Bremsweg länger wird. Ja klar, also wenn Gegenverkehr kommt, dann darfst du auf gar keinen Fall überholen. Das haben wir auch im letzten Video schon gehabt, da habe ich das Beispiel gebracht mit dem Radfahrer, der schon die ganze Zeit so nach links schaut und du überlegst dir, soll ich den Radfahrer jetzt überholen oder nicht? Und es könnte sein, dass der Radfahrer jetzt gleich links abbiegt, also wenn der schon so komisch schaut. Und da ist die Verkehrslage unklar und dementsprechend überholst du natürlich nicht. In allen Einbahnstraßen. Nein, in einer Einbahnstraße ist das Überholen nicht verboten. Okay, eine Einbahnstraße bedeutet ja einfach nur, dass in dieser Straße kein Gegenverkehr zugelassen ist. Das wäre natürlich sogar gut für uns. Also das lassen wir aus. Okay, wir haben alle 36 Fragen für heute wieder geschafft und im nächsten Video packen wir die nächsten 36 Fragen an. Bis zum nächsten Mal.